Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 31. August. Guten Morgen an Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für mich vorbereitet. Wir beginnen bei Tesla, gehen zu Google Maps, zu Instagram, zu Deezer, zu Sprachassistenten und kommen dann zu IFA. Wir beginnen wie gesagt bei Tesla und dort gibt es eine erfreuliche Nachricht, auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten unserer Hörer betreffen wird. Die 100 Kilowatt-Modelle werden günstiger. Das bedeutet, die großen Tesla bekommen eine Preisreduktion. Das sind aber leider gerade die Modelle, die jetzt wahrscheinlich für den meisten nicht interessant sind, weil sie eben so unerschwinglich sind. Das sind im Endeffekt die Modelle, die bisher so ab 97.500 Euro kosten und bis 145.000 Euro gingen. Die wären so im Schnitt bis 3.500 bis 5.000 Dollar günstiger. Der Grund dahinter ist, dass die Fertigung der Akkus günstiger wurde bzw. leichter wurde und man hier Fortschritt erzielen konnte. Und dementsprechend man die Preisreduktion, Elon Musk spricht von 3%, an die Kunden weitergeben möchte. Spannend ist es, es sind mehr als 3%, aber trotz allem Schnäppchen sind die Autos dadurch leider immer noch keine. Wir kommen zu Google Maps und Google Maps möchte euch auch beim Parkplatzsucher unterstützen. In fünf deutschen Städten werden jetzt quasi Parkplätze direkt auf der Karte angezeigt, also zumindest Regionen, wo ihr parken könnt. Die fünf Städte sind Köln, Darmstadt, Düsseldorf, München und Stuttgart. Neben den vielen Städten, die es in den USA gibt, gibt es auch 20 weitere Städte quer über die Welt verteilt. Leider keine Städte aus der Schweiz oder aus Österreich, aber zum Beispiel Amsterdam, Kopenhagen, Barcelona, London, Paris, Moskau, Rio, Toronto und so weiter und so weiter. Da sind also schon viele bekannte und große Städte dabei, vielleicht auch zukünftige Reiseziele, wo euch dieses Feature etwas nutzen könnte. Eine kurze News zum Thema Instagram. Dort gibt es ja schon seit einiger Zeit den Multifoto-Uploader, wo man quasi mehrere Fotos uploaden kann. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, wenn man da Fotos im Quer- oder Portraitformat hochgeladen hat, dann wurde das nichts. Dieser Feature wurde jetzt quasi nachgerüstet. Das heißt, ihr könnt auch Fotos in anderen Formaten hochladen und der Foto-Uploader verarbeitet das entsprechend. Wir kommen zu dieser und die haben ja das Deezer Elite-Angebot. Da kann man für 19,99 Euro im Monat quasi unkomprimierte Musik hören. Die kommt mit einer Bitrate von 1411 Kilobit pro Sekunde daher und ist im Flak-Format. Bisher ging das nur mit Sonos. Jetzt hat man einen neuen Namen, Deezer HiFi und mehrere Anbieter, die man quasi unterstützen möchte. Unter anderem Sony, Samsung, Yamaha und Bang & Olufsen. Ganz überraschend, auch Google ist dabei. Das heißt, im Endeffekt ist damit Google auch der Erste, wo man verlustfreie Musik dann hören kann, so entsprechend. Eine andere News zum Thema Sprachassistenten, die wahrscheinlich wesentlich überraschender ist. Alexa und Cortana, also Microsoft und Amazon haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben. Und Alexa und Cortana werden jetzt quasi gegenseitig ineinander integriert. Eigentlich klar, für beide Vorteile. Einerseits bekommt Alexa damit eine sehr starke Integration in das Thema Office. Auf der anderen Seite bekommt aber Cortana halt quasi 20.000 vorhandene Alexa-Skills, die dann so auch verfügbar sind. Noch in diesem Jahr soll das entsprechend publik gemacht werden. Ja, spannende Partnerschafts quasi. Im Endeffekt beide Dienste bleiben eigenständig. Aber ich kann dann auch auf einem Windows-Gerät über Cortana Alexa anrufen. Und umgekehrt, der Gag von wegen irgendwie, hey Siri, sagt Cortana, sie soll Alexa mal Google sagen, wird damit dann doch zu einem gewissen Grad ein bisschen Realität. Wir kommen zu IFA. Die ist ja aktuell in Berlin und es gibt jede Menge neue Geräte. Ich habe mir ein paar rausgepickt, über die ich erzählen mag aus den unterschiedlichen Feldern. Wir beginnen bei Medion. Jetzt vielleicht eher sonst nicht unbedingt eine der Firmen, die wir groß auf der Kappe haben. Aber die haben mir einen Smart Speaker vorgestellt, das machen morgen dann ja viele, der verlexer setzt. Und das ist schon recht spannend. Der Speaker selbst kommt technisch recht interessant und ausgewogen daher. Kostet 99 Euro, hat eigentlich alles an Bord, was man so braucht. Ja, App-Unterstützung, Musik-Services-Unterstützung, eben Alexa-Unterstützung und damit ja auch alles, was man braucht. DLNA, WLAN, Bluetooth und was ihn vielleicht von der Konkurrenz oder halt von den echten Dots und Echos abhebt. Ist das auch einen integrierten Akku, hat das heißt, ich kann das Gerät auch herumtragen. Das geht bei den Geräten von Amazon ohne Zubehör eher nicht. Wir kommen zu Acer und die haben einen riesen Rundumschlag neuer Geräte vorgestellt. Verschiedene Convertibles, 2 in 1 und so weiter und so weiter. In den Shownotes ist eine Liste verlinkt, schaut dort mal rein. Spannend sind die Geräte schon alle. Einerseits A, weil sie alle auf die neuen Prozessoren setzen, wie gestern schon angekündigt. Da gibt es ja jetzt auch quasi 13 Zoll Geräte mit 4 Kernern. Ja, jetzt auf der IFA sehen wir das bei vielen Herstellern, auch bei Acer. Auch zum Beispiel bei der sehr schmalen und kleinen Reihe, die sie da im Angebot haben, haben wir das ganze Thema drinnen. Das Swift 5 ist das zum Beispiel, ja, spannende Sache. Und zusätzlich gibt es bei den meisten dann auch noch eigene Grafikkarten an Bord. Das ist schon, ja, durchaus interessant und durchaus viel Leistung dabei in sehr, sehr, sehr schmalen Geräten mittlerweile. Wir kommen zu Samsung und die haben mir das Note 8 vorgestellt und haben sich ja drei Produkte aufgehoben für die IFA. Die Gear Sport, die Gear Fit 2 Pro und die Gear Icon X 2018. Was ist das Ganze? Die Gear Sport ist eine, ja, Gear Watch quasi, die jetzt vor allem auf das Thema Sport ausgelegt ist. Optisch erinnert sich sehr stark an die S3, dort kommt sie auch quasi her. Aber setzt jetzt vor allem auf das Thema Sport. Die Gear Fit 2 Pro ist ein quasi glorifizierter Fitness-Tracker. Die gibt es ja auch schon länger, was das Ganze spannend macht. Einerseits A, man kann damit jetzt auch schwimmen gehen, das ist schon nicht so uninteressant. Aber auch B, quasi Spotify offline hören. Das ist ja bisher noch nicht üblich. Das hätte ja mal bei den Pebble-Geräten kommen sollen, kam dann ja aber leider nicht. Aber im Endeffekt, ja, auf den integrierten Speicher kann ich meine Musik runterladen und dann quasi meine Spotify-Musik offline hören. Die Gear Icon X kennt man in diesem Podcast auch als die zertretenen blauen Schlümpfe. Die haben wir uns vor einiger Zeit schon ein bisschen lustig gemacht. Ich habe die A, man mag die sehr gerne. Da gibt es jetzt ein neues Modell. Komplett drahtlose Kopfhörer. Laufzeit wurde erheblich verbessert. Soll jetzt mit Bluetooth-Modus 5 Stunden halten. Wenn man auf den internen Speicher zurückgreift und die Musik von dort abspielt, 7 Stunden, heißt ja, große Offensive. 4 GB-Speicher gibt es an Ort. Wahrscheinlich kann man auch Spotify dann dort offline nutzen. Das ist natürlich auch sehr spannend. Preislich, ja, sie liegen über den AirPods. Das ist ja oft die Vergleichsfrage. 229 Euro. Die kommen in weiß, also grau, schwarz und rosa und sollen am 15. September dann auch starten. Wir kommen zu Asus. Und die haben spannende Notebooks vorgestellt, aber auch im Gaming-Bereich einiges. Zum ersten Mal ein Mixed-Reality-Hightset. Optisch sehr interessantes Ding. Klickt euch in den Schornos durch und schaut euch das Design an. Das soll jetzt starten für 450 Dollar. Das ist ein bisschen mehr als andere Hersteller, die da schon irgendwie Modelle angekündigt haben. Aber das Ding von Asus ist eben Realität und kann auch im Bälle erworben werden. Wir schließen mit einem Gaming-Notebook, das sehr beeindruckend ist. Die Firma Asus hat mal wieder alles zusammengepackt, was man in einem Notebook packen kann. Die große Neuerung dabei ist das Display. Das 17 Zoll große Display löst mit 144 Hertz Refresh Rate auf. Natürlich eine sehr spannende Sache, gerade für Gamer. Ja, sieben Millisekunden Reaktionszeit in dem Display sind dann vielleicht aber doch nicht ganz so ideal. Trotz allem mal auf jeden Fall eine nette technische Machbarkeitsstudie. Ja, technische Machbarkeitsstudien werden wir im Laufe der Woche auf der IFA noch eingesehen. Ich bin morgen für euch dann das letzte Mal für diese Woche da. Und ja, wer nächste Woche übernimmt, sage ich euch dann morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Ausklang der Woche. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.